Hey Leute, kurze Info meinerseits. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, entweder durch die Nachrichten, durch meinen Post auf dem YouTube Community Hub oder durch meine Twitter-Posts. Und zwar dreht sich dieses Video hier um die Unwetterkatastrophe. Und wie ihr vielleicht wisst, war ich ja auch selber ein bisschen betroffen. Wir hatten aber allerdings noch richtig Glück. Wir hatten nur das Grundwasser im Keller. Andere Menschen hat es aber auf jeden Fall deutlich schlimmer erwischt. Und deswegen möchte ich heute Abend an dem Charity-Stream Swap teilnehmen. Dabei werden wir einmal Spenden für die ganzen Hochwasseraktionen sammeln. Ich werde auch hier in der Videobeschreibung noch weitere mir bekannte Spendenlinks aus der Region Kreis Ahrweiler einmal in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr auch noch mal unterstützen. Und wenn ihr euch vielleicht jetzt denkt, ich habe hier vielleicht noch so ein paar alte Sachen oder ich komme vielleicht auch selber aus der Region und möchte mit anpacken, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, also zumindest für die Region Kreis Ahrweiler, informiert euch da am besten bei Twitter, bei der Polizei Koblenz. Denn die informiert euch, wie das Ganze zum Beispiel abgegeben werden kann, wo ihr da mit anpacken könnt. Denn die letzten Tage war hier absolutes Verkehrschaos. Und durch Helfer halt auch eben verursacht, weil so viele Leute ankamen. Deswegen ist es da auf jeden Fall angeraten, sich irgendwo anzumelden, dass man koordiniert in die Gebiete geschickt werden kann. Bei den Sachspenden, der Nürburgring hat auch gesammelt, da kamen allerdings so viele Sachspenden ein, dass sie nicht mehr richtig sortiert werden können. Und da hat auch die Polizei Koblenz einmal informiert, wo ihr da vielleicht Sachen anmelden könnt, um die abzugeben. Und ja, wir sehen uns dann heute Abend bei dem Charity-Stream. Und ich bedanke mich für jede Unterstützung. Wir sehen uns heute Abend. Und ich bedanke mich für jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020